Hallo, heute beim Ein-Minuten-Star Carlotta Josefine Pahl. War das richtig? Ja, das war richtig. Hallo, ja, wir sind gerade auf der Comic-Con und dich kennt man ja und hier vor allen Dingen auch als Sprecherin von wem? Stranger Things, der Eleven, also Millie Bobby Brown. Oh, super. Aber du hast ja bestimmt nicht nur das gemacht, sondern auch noch andere Sachen. Dieselbe Schauspielerin spreche ich auch in Godzilla vs. Kong und King of the Monsters. Und ich spreche auch unter anderem in einigen Kinderserien, wie zum Beispiel Feuerwehrmann Sam, die Sarah. oder noch in einem anderen Film, Designated Survivor, auf Netflix. Da spreche ich die Tochter des Präsidenten. Okay, und wie läuft die Comic-Con? Hast du gut zu tun? Definitiv. Also ich bin total gehypt immer noch und habe mega Bock. Ich treffe vielleicht gleich auch noch die Millie persönlich und quatsche ein bisschen mit ihr. Und unterschreibe noch fleißig weiter die Karten. Okay, Leute, das war es wieder beim Ein-Minuten-Star. Schaltet alle wieder ein, wenn es heißt, der Ein-Minuten-Star. Tschüss. Tschüss.